Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans und endlich komme ich zum Aufnehmen des 50er Events vom Wochenende und es hat mich unheimlich gefreut muss ich sagen denn es war ein toller ein toller toller Livestream kann ich nicht anders sagen von der Orga über die Leute hier die super pünktlich zum CK Start auch da waren also man glaubt es kaum eine Stunde bevor der CK starten sollte waren alle 50 hier vorrätig beziehungsweise anwesend so will man es ja sagen und trotz Liga es war ja so ein bisschen Ligastress einige mussten noch mal wechseln wegen Ligastart und 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 aber es hat super funktioniert ja also noch mal lieben lieben Dank dem Andy Erpel auch hier dem Leader dieses Clans hier und auch vor allen Dingen der Astrid, der Preti, Ole etc. vielen vielen Spielern hier ganz ganz toll gemacht hier fand ich ich habe es jetzt auch gar nicht so auf Discord mal verfasst es gab dort einige Stimmen und den kann ich mich eigentlich nur anschließen auch für mich war es jetzt so als Streamer Spieler tolles Event manchmal ein bisschen stressig aber ich glaube es war super super gelungen und es war ja es war richtig wie soll man sagen fröhlich so fröhlich und richtig richtig schön hier viele viele tolle Angriffe zu sehen sowohl von uns als auch vom Gegner kann man ja nicht anders sagen auch der Gegner hat ganz ganz nett was dazu beigetragen dass der Stream ganz ganz nett wurde am Samstag und von daher schauen wir mal wie sich der Andy hier geschlagen hat vor allem mit dem Betz hier am Rathaus oh okay die gehen aber alle drauf da habt ihr es gerade gesehen also mit dem Betz hier auf dieses 5er Rathaus da ist nicht gut Kirsch mit Essen fünf Ziele und mit ziemlich starken Schaden ich glaube 200 pro Sekunde also 200 DPS macht das Rathaus dann nochmal aber jetzt mit einem außer außen laufenden Päcker ist das eine oder sind das zwei ist einer oder ist einer und hier noch richtig richtig viel in Heil der King noch in Heil Queen ist noch dabei 30er worden auch ich will jetzt nicht sagen dass ein Dip war war ja 12 auf 12 aber wir haben hier viele viele Angriffe gesehen 9 auf 9 10 auf 10 11 auf 11 12 auf 12 ein paar Dips natürlich gehört halt auch dazu wer die ganzen Angriffe sehen will wie viel es denn waren ich bin ja auch erst so bei beim Spielstand 40 40 so in den Livestream reingekommen der muss ich den einfach noch mal anschauen denn es gibt richtig viel zu gucken ich habe auch ganz ganz viel in den Wiederholungen gezeigt also zieht euch den Livestream ruhig rein er ist oben noch mal verlinkt in der Infokarte aber wir schauen mal wie wir uns hier eigentlich weitergeschlagen haben und nochmal Rathaus 12 auf Rathaus 12 also 4 gegen 14 auf der unsere oder auf unserer Seite aber ihr seht dass hier die Rathauser man darf sich nie von den Mauern täuschen lassen denn die sind jetzt nicht so dolle aber die Defensive ist dennoch Rathaus 12 Niveau da könnt ihr einen drauf wetten ja noch nicht ganz okay aber dennoch ähm ist es immer gar nicht mal so schwierig ähm oder beziehungsweise so einfach gegen solche Gegner zu bestehen und ähm wir schauen mal hier äh CK CK Style heißt das glaube ich ähm auf die Nummer äh 14 wie er das eigentlich gemacht hat ich hab auch wirklich wenige Angriffe nach dem CK gesehen hier denn ich musste hier auch erstmal raus musste Liga starten mit Toto auch irgendwas machen mit den anderen Charakteren was machen also ich war schon ich war gut beschäftigt und deswegen habe ich auch am Sonntag ähm nicht mehr gestreamt ich war auch ultra spät zu Hause so gegen 10 erst dann lohnt es sich auch nicht mehr sich da noch hinzusetzen wenn du gerade so nach Hause gekommen bist also das hat nicht so super funktioniert lag einfach daran dass der CK Stadt sehr sehr früh war hatte ich auch glaube ich am Samstag ich glaube ich habe es am Samstag auch schon gesagt gehabt dass es ganz ganz eng wird und auch hier mit den mit den Betts mal sehen ob die hier auch noch ein bisschen was schaffen jetzt muss er eigentlich in Fries irgendwie auf den auf äh ah ok da hinten hat er den Fries gesetzt ok warum hat er da hinten den Fries gesetzt das habe ich jetzt gerade nicht ganz so verstanden aber hier sind ja noch einige Truppen dabei und ähm aber wie gesagt ich kann nicht alle Angriffe zeigen hier in so einer Art Recap äh denn das wird dann doch ein bisschen 54 GCK kann ich euch sagen ist auch für mich als Streamer so ein bisschen stressig selten vor allen Dingen wenn du selber mit mit zwei Accounts dabei bist mit einem habt ihr mich ja gesehen mit dem Donnerbänge glaube ich ja ich habe glaube ich für für meine Verhältnisse überirdisch gut angegriffen ich hätte es ja selber nicht gedacht aber ihr müsst das ihr müsst einfach mal gucken äh wo das war ich weiß nicht zu welcher Stunde ich glaube so nach zwei Stunden oder so habe ich dann auch einen Live Angriff gemacht mit meinem 10er also ich habe den 10er dann ganz durchgeprügelt musste dann den 11er eigentlich bis 15 Uhr hier durchspielen das habe ich aber viel zu spät mitbekommen dass wir 11er also ich jetzt auch mit dem Avatar hier bis 15 Uhr spätestens durch sein sollten damit die anderen dann noch ihre Dipps planen und ähm ich habe das dann irgendwo aus aus einem Freibad in Bad Essen gemacht mit so einer E-Verbindung weil weißt du so eh das ist nicht ganz so gut aber ich musste irgendwie angreifen es war schon weit nach fünf und äh ich war schon zwei Stunden überfällig das habe ich aber auch erst später mitbekommen weil mich Leute auf Discord angeschrieben haben so nach dem Motto du die wollen bis 15 Uhr durch sein konnte ich jetzt nicht ganz einhalten muss ich sagen habe ich nichts von gewusst ähm denn äh gerade der schöne Sonntag muss ich sagen hat natürlich viele viele Leute nicht unbedingt vor dem Fernseher oder vor dem Tablet oder vor das Handy gelockt sondern dann schon eher wie uns auch in die Freibäder oh hatte ich glaube ich gerade abgeschnitten also uns hat es in die Freibäder gelockt und ihr vielleicht habt das im Stream gesehen ich habe zu dieser Base gesagt das ist eine meiner Lieblingsbases egal womit ähm denn das ist so eine alte äh muss man wirklich sagen das ist eine alte CK Base oder Farm Base als Farm Base denke ich mal ist sie immer noch ganz gut oder als Trophy Base aber eben CK und wie gesagt ich war irgendwo in Bad Essen im Freibad das ist so ein Solo Freibad und habe diesen Angriff da gemacht mit einer E ich glaube mit einer E Verbindung und hatte auch ab und zu mal das Verbindungswegzeichen aber ich wusste dass ich gut dass ich eigentlich doch ganz gut verbunden bin und mir die Verbindung jetzt nicht ganz abreißt so dass der Angriff dann ganz ganz gestorben ist also mit Queen Charge hier beziehungsweise Queen Walk ich glaube Chargen tut sie jetzt gleich sie geht gleich mit rein und ähm mit Hexen und ähm Bohlern hier rein ich glaube ich hatte nur jetzt nur so ein paar Riesen da außen zum Funnel das war da oben jetzt in der Ecke dass da alles wegging aber der Rest sollte eigentlich in die Mitte gehen der Sprung hier total verpeilt lag aber daran dass meine Karre gar nicht so weit gekommen ist ich habe meinen ersten Frost nämlich so ein bisschen verpeilt und habe jetzt hier hinten gedacht der Frost ist dann mal ein Adler noch durch und dann gehen hier zwei Truppen eine Truppe geht rechts rum eine geht links rum oder je nachdem wie man sieht also in diese Art Rund Base hier geht es jetzt auch rund und aber trotzdem der Single Inferno ähm nimmt sich jetzt ein Ziel nach dem nächsten und für kleinere Ziele die natürlich nicht viele Lebenspunkte haben ist das ein gefundenes Fressen dann kann der ganz ganz schnell immer nachladen aber dennoch ähm erwischt er jetzt zwar meinen Worten hier glaube ich ja da erwischt er erst meinen Worten habe ich gedacht ah jetzt jetzt da eigentlich hatte ich da gedacht naja jetzt ist jetzt ist vorbei Sprung so richtig tof aufs Rathaus gesetzt in die Mitte weil ich wirklich gedacht habe meine Karre kommt da irgendwie durch ist aber nicht aber dann hier so habe ich gedacht Königin noch voll voll in Heil oder die Königin also die Bogenschützen Queen und äh noch ein paar Hexen am Leben mit ein paar Skellis das ist gar nicht mal so schlecht und war es auch gar nicht ähm hat mich dann selber so ein bisschen natürlich gefreut 11 auf 11 hier das ist auch nicht meine Standardarmee muss ich sagen gerade bei den Elfern hier habe ich diese Kombi schon relativ lange nicht mehr in dieser Form benutzt mit dem Queen Charge oder Queen Walk vorweg und dann das Rathaus hier gemacht aber ich glaube es ist mir ganz gut gelungen hier drei Sterne auch von mir also Peace und vielen lieben Dank dem Clan hier allerdings kamen nach mir noch etliche andere und teilweise dann auch mit mit kleineren Dips oder hier wie der Freak 008 hier Rathaus 12 auf Rathaus 12 mit einer ja so ungewöhnlich ist die Kombi gar nicht mit den Heilern und mit den mit dem Bruder Hexen hier hier vor allen Dingen außen jetzt erstmal ohne Heiler die Heiler hier jetzt mit mit rein gespammt einfach so Richtung Luftabwehr und ähm dann geht es hier mit geballter Masse durch so eine durch so eine Base wo natürlich das Rathaus richtig schön mittig steht kann man nicht anders sagen ist natürlich super äh denn die die Truppen werden auch in diese Richtung gezogen denn dort stehen die Helden da kommt die Clanburg dann werden die Truppen da so ein bisschen reingezogen und ähm so kannst du eigentlich schon relativ sicher sein dass deine Truppen hier irgendwo in der Mitte landen das Rathaus machen und jetzt muss es hier auch wieder leicht ja auch wieder so eine kleine kleine Rundbase wenn auch nicht ganz ganz so rund äh sie ich weiß sie ist eckig aber trotzdem geht es immer so ein bisschen so in die Runde für die Truppen also coole Sache jetzt habe ich jetzt habe ich wieder anbekommen ich muss einfach auch manchmal glaube ich während dieser Aufnahmen hier einfach ein bisschen mehr Wasser trinken glaube ich einfach ein bisschen mehr Wasser trinken denn es war wirklich heiß die Tage oder die letzten Tage da könnt ihr mir zustimmen in ganz Deutschland aber hier hat es unheimlich wenig geregnet ich hoffe bei euch hat es ein bisschen mehr Wasser gegeben also hier war es wirklich wirklich wenig und deswegen habe ich auch unheimlich viel Zeit draußen verbracht kann dann natürlich nicht aufnehmen kann immer nur ein bisschen was gucken aber die Aufnahme folgt dann etwas später und wir waren ja auch mit so ein paar Soßen hier also mit so ein paar Spätz mit Soß Leuten der Matze der Swoosh ich war hier eigentlich mit dem Flashloop gemeldet ist dann aber doch mit dem Swoosh reingekommen weil der Flashloop dann doch bei uns im CK war beziehungsweise in der Liga war ne er war glaube ich noch im CK ja deswegen ist er dann kurzfristig mit dem Swoosh reingekommen also ich glaube wir waren ich glaube wir waren zu viert hier weil hier noch ein paar Plätze frei waren also jetzt jetzt nicht so als Bonus oder so sondern eigentlich hatten wir glaube ich sogar sechs Plätze ich habe dann irgendwann geschrieben ich kann sie doch ich kann sie nicht ganz besetzen wir sind denn doch nicht so viele und genug die sich dafür entscheiden hier erstmal noch einen Klankrieg zu spielen auch von der Zeit her und dann direkt in die Liga rein zu starten aber auch hier sehr sehr viele die immer mal wieder gewechselt sind Liga und CK das wisst ihr vielleicht oder wisst ihr vielleicht nicht das kann man spielen ihr könnt also in einem laufenden CK sein und könnt trotzdem die Liga mit euch selber starten das habe ich ja mit dem Avatar auch gemacht ich habe also mit dem Avatar die Liga gestartet obwohl ich hier mit im Klankrieg war das funktioniert das geht und bin dann hier etwas später reingekommen habe habe dann die ganze Zeit über Donnerbengel aufgenommen den habe ich hier auch im Clan gehabt ich glaube das war auch eine gelungene Sache ich war auch dann wieder unendlich lange auf dem Tablet denn irgendwann gab es dann auch immer mal wieder immer mal wieder so eine Phase da konnte ich einfach nicht wechseln da war ein Angriff nach dem nächsten und dann chatten wir ja auch immer ein bisschen und machen und tun und da bin ich da bin ich dann überhaupt nicht mehr von weggekommen hier vom Tabby aber ich glaube das stört dann nicht so ist dann vielleicht von der Ansicht her ein bisschen komischer weil ich dann natürlich so ein bisschen die Android Balken rechts und links habe aber auch hier schön gemacht vom Swashier mit auch dieser Spam Armee so will ich sie mal nennen sie war nicht ganz so Spam aber kein Bettspell benutzt also geht das hier auch ohne ohne den Spell aber Pekka sind in aller Munde glaube ich Pekka sind in aller Munde mit Bowler und mit Hexen hier in der Kombi richtig krasses Teil hier 8 auf Nummer 12 also auf die Nummer auf die Nummer 12 vom Clan 29 10 19 23 haben wir dann auch geklärt im Stream das war irgend so ein Feiertag oder irgendein Tag in der Türkei wo die unabhängig wurden oder so keine Ahnung müsste ich mir jetzt nochmal nachgoogeln aber wir haben das auf dem Abend in jedem Fall geklärt der Sugo hier mit einem typischen Dip also 12 auf 21 habe ich eben gesagt auch da bleibt das bleibt einem oder bleiben die Dips nicht ganz so ganz so fremd denn irgendwann versuchst du natürlich wenn deine Elfer alle verschossen haben Zehner sind alle weg versuchst du natürlich mit dem zweiten Schuss mit den Zwölfern hier irgendwo noch ein Elfer wegzuballern und hier auch mal wieder eine Box Base okay aber mal so ein bisschen ganz anders gemacht nämlich mit Luftruppen kann man auch mal wieder eine Box Base Base die gehen auf verschiedenen Arten mit Laloun oder hier mit Drachen mit Elektro Drachen eher weniger und mit Hox gehen sie das habt ihr bei mir gesehen glaube ich gehen sie auch ganz gut oder die gehen auch mit meiner eigentlich ganz gut also die Box Base sind nicht mehr wirklich schick und auch nicht mehr wirklich erfolgreich in den Clan kriegen, muss ich sagen, was die Verteidigung angeht. Außer du hast jetzt Leute dabei, die stehen vor so einer Base wie Oxfam-Berge und oh, was mache ich denn da? Das hat sich der Sugu aber hier auch nicht, beziehungsweise nicht wirklich, glaube ich, gedacht. Und hat sich gedacht, den Elfer hier, den ziehen wir nochmal auf drei Sterne. Kann ja sein, dass vorher die Angriffe nicht so gut waren, das kann ich jetzt auch nicht mehr ganz so nachvollziehen, das würde viel, viel zu lange dauern, aber hier mit den Batspels jetzt im Backend und die bekommen auch wirklich nur noch Punktschaden. Hier das seht ihr, es gibt hier keinen Flächenschaden mehr für die Batspels und dann machen die hier ein Ding nach, den nächsten, das könnt ihr hier sehen und helfen dann auch am Ende beim Cleanup. Da stören auch nicht diese ganzen vielen fressenden Skelette in der Mitte, nochmal schön hier gefrostet die X-Bogen hier in dieser kleinen Minibox und ihr seht, was das für ein dominanter Angriff dann werden kann. Also auch so geht es natürlich. Und so ging es auch ein bisschen weiter bei uns, muss ich sagen, denn wir waren hier richtig guter Dinge. Ich glaube, als ich den Stream ausgemacht habe, war es da recht ausgeglichen, obwohl wir schon viel, viel mehr Drei Sterne hatten, aber der Gegner hat natürlich auch ein bisschen nachgesetzt. Aber ich glaube, von der Angriffsmasse hier waren wir so relativ gleich immer. Das hat sich ein bisschen die Waage gehalten. Ab und zu habe ich auch mal reingeguckt, wie stehen wir eigentlich im Moment, wie viel Dreier haben wir, wie viel Zweier, wie lange dauert es eigentlich, wer hat die besten Angriffe und so weiter und wie sehen wir prozentual aus. Aber das war immer so ein bisschen die Waage. Und die Waage hat hier auch Robert, Robert gehalten, ein netter Name, sicherlich mal umbenannt oder ich weiß nicht, ob er jetzt als Max Rathauswilf wirklich so angefangen hat mit diesem scherzhaften Namen von den Geissens. Aber vielleicht heißt das ja, vielleicht heißt das sogar so, ich habe hier nicht wirklich viel kennengelernt, lag einfach daran, dass ich a, ganz, ganz viele kenne und b, glaube ich, die Kommunikation hier schon ein bisschen gepasst hat. Ich meine, ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren auf den ganzen Stream hier und konnte dann auch nicht so wirklich auf die vielen, vielen Leute hier eingehen. Es wurde ja gespendet, FCs und das Event hier, der CK, wer macht wen, das ist auch ultra, ultra viel Planung und glaubt mal gar nicht, ich kann das, glaube ich, nur einmal im Monat stellen, so ein Ding hier. So ein schöner 50er CK, also er war wirklich toll geplant, toll durchgesetzt und sehr, sehr harmonisch, sehr, sehr schön. Das hat alles gepasst, ja, wie gesagt, ich muss das nicht jede Woche haben. Die Päcker-Dame hier kommt jetzt übrigens hier unten aus diesem Drittel hier nicht mehr raus, denn muss sie auch gar nicht, die soll hier unten nur die Defenses noch schaffen. Packt ihr den Tesla noch? Ja, der Tesla geht noch mal weg und dann ist das eigentlich schon im Wesentlichen gewesen. Jetzt geht es ja mit der Schweinerei weiter. Also mit den Hockreitern hier über den Adler ein paar Skelette an der Hacken, aber bei dieser Masse hier ist das gar nicht mal, gar nicht mal so schlimm, denn die können gar nicht so schnell knabbern, wie die Hawks hier durch diese Base gehen. Hier war nochmal gerade ein Wut-Zauber, glaube ich, so wie ich es gesehen habe, denn der wurde beim Queen-Wog nicht mehr benötigt. Aber schön, hier die Hawks in Heilung auf die Base hier, das ist jetzt 5 auf Nummer 1 und dann kann man es eigentlich schon erahnen, hier hinten jetzt nochmal mit zwei Backend-Loans auf die Kanone. Sie wären nicht wirklich nötig gewesen, vielleicht hier hinten noch zum Clean-Up, aber ich glaube, der Clean-Up hat hier auch noch gereicht. Also 5 auf Nummer 1 mit drei Sternen. Perfekt. Perfekt, da kann so ein Krieg gar nicht sein. Und wir haben wirklich, also guckt euch den Livestream ruhig nochmal an, wenn ihr tolle Taktiken sehen wollt, wenn ihr tolle Angriffe sehen wollt und vielleicht auch mal sehen wollt, wie der Toto eigentlich im Livestream tickt, denn er tickt manchmal ein bisschen anders im Livestream als in seinen Folgen. Und klar, ich gehe natürlich auch hoffentlich immer noch viel auf die Zuschauer ein. Wir chatten zusammen, wir diskutieren zusammen. Fand ich auch wirklich sehr, sehr nice. Auch was da so rüberkam, also ich bin auch nicht abgewichen. Wir haben keine Dorfbesuche gemacht, wirklich nur heftig CK hier gespielt und in so einem 50er CK, der so gut geplant ist und von der Durchführung dann auch so toll gemacht ist. Da kannst du als Streamer natürlich auch nur glücklich sein, denn wir haben, glaube ich, ab der ersten Minute, ich glaube, ab meinem Intro, also meine Startsequenz, haben wir hier CK gesehen und das ist natürlich richtig, richtig krass und das freut mich natürlich ganz besonders, dass mich auch so ein bisschen Unterstützung dort erwartete, so nach dem Motto, naja, wir wollen ja viel sehen, da machen wir auch viel und keiner hatte hier irgendwie eine rote Nase auf oder was auch immer. Es gab auch gar nicht so viele Einsterner auf unserer Seite und auch nicht auf Gegnerseite, aber der Gegner hat nicht alle Angriffe gemacht und wir haben hier 141 zu 124 gewonnen. Das heißt also 41 zu 27 Dreiständer, das war dann schon ein bisschen dominant, muss man sagen, aber das waren hier auch die guten Absprachen, die guten Taktiken. Immer mal wieder, ich habe auch, glaube ich, ich war kurz vorher, glaube ich, auch noch mal bei deren im Discord, habe noch mal kurz mal quer gehört, was da so geht. Also auch da wurde sich ein bisschen abgesprochen und mit 96,4% durchschnittliche Zerstörung ist das hier schon ein richtig starkes Ding. Wir haben dann irgendwann festgestellt, naja, der Clan, Clan Level 16 sagt nie etwas über den Clan aus, ja. Das habe ich die Tage mal gesehen, da hat einer geschrieben, ja, die sind ja Clan Level 20, 21, aber ihr müsst sehen, dieser Clan hier ist Clan Level 16 mit nur 150 gewonnenen CKs. Das heißt also, die sterben sich so ein bisschen in den Level durch, immer, wenn du immer 50er CKs spielst, sie haben ihr Lock halt nicht offen und immer nur die EP reinholst, dann wirst du auch Clan Level 16 mit ganz, ganz wenigen Siegen. Dieser Clan hier ist mit ganz, ganz wenigen Siegen, glaube ich, nach wie vor super, glaube ich, in der Spur. 31 Gewinne, 9 Looses, 5 Unentschieden sogar dabei, also 5,40 in Summe und schon auf dem Weg zu Clan Level 7, aber es wird jetzt auch gerade mal ein bisschen weniger. Ich bin hier jetzt nämlich schon über einen Tag, habe hier jetzt echt so ein bisschen rumgegammelt, muss ich sagen. Nicht wirklich rumgegammelt, weil ich habe einfach nicht so die super Zeit gehabt zum Aufnehmen und heute Abend habe ich aber gedacht, du musst jetzt aufnehmen, denn wir wollen ja ein bisschen Liga sehen in der Woche. Das werdet ihr auch bei mir sehen in den Folgen, ganz, ganz sicher. Und hier sind jetzt, glaube ich, nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute drin. Der Chris ist hier noch neu reingekommen, aber ich denke mal, ist auch irgendwie so ein Park-Account. Also nochmal, vielen lieben Dank dem Best-Smashern hier, vielen lieben Dank allen anderen, die an diesem Event teilgenommen haben, aus den verschiedenen Clans, SMS, Best-Clasher, sonstige. Es waren ja wirklich, wirklich, das war ein ganz, ganz bunt gemischter Haufen und die sich so gut verstanden haben und da hier mal so ein CK raushauen, das ist natürlich echt, echt schick, muss ich sagen. Also es hat mich super, super gefreut, ich schreibe auch nichts mehr auf Discord. Der eine oder andere wird das sicherlich lesen, bei der Astrid werde ich mich noch persönlich bedanken, denn die hat das Ganze hier wirklich klasse federführend, glaube ich, gemacht, dieses Event hier und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, wir wollen ja ein bisschen die Liga sehen. Ich gehe jetzt auch mit dem Avatar hier raus, gehe jetzt in den kleinen Herausforderer, der wird jetzt auch wieder offen machen, weil wir sind in der Liga, dann könnt ihr ruhig reinkommen, wir können ein bisschen zugucken oder was auch immer und dann sehen wir uns in dieser Woche mit einigen weiteren Folgen und am Mittwoch mit dem Livestream, euer Toto. Ich bin jemand noch mal gest�도. Bis zum nächsten Mal.